Yo, was geht ab YouTube und jetzt willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ja Freunde, heute ist mal wieder an der Zeit für ein weiteres Technik-Video. Ihr habt euch ja weitere Technik-Videos auf meinem Kanal gewünscht. Und passend dazu kam mein Partner Thoman um die Ecke und hat gefragt, ob ich im Rahmen einer neuen Kampagne ein Video machen kann zum Electro-Voice E-Works 8. Aber dazu gleich mehr nach dem Intro. Bis gleich. Ja Freunde, welcome back und heute dreht sich alles um diesen Kollegen hier, um den Electro-Voice E-Works 8. Und ja, was soll ich sagen, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich den Kollegen für euch vorstellen kann. Ich werde euch ein bisschen was über ihn erzählen, ein paar technische Daten und Fakten. Und natürlich schauen wir uns den Kollegen im Detail an. Und dann gibt es noch ein richtig cooles Feature und zwar die Bedienung per App. Und da gehen wir ein bisschen genauer drauf ein. Aber erstmal, ja, wie kommt der Kollege bei euch an? Ich habe hier mal noch die Verpackung am Start. Und so interessant ist es eigentlich gar nicht. Also so kommt der Kollege bei euch an, wenn ihr ihn bei Thoman bestellt. Im Lieferumfang enthalten ist eigentlich gar nicht viel. Die Box an sich plus hier das Kalkgerätekabel und noch Sticker und natürlich noch die Bedienungsanleitung. Aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Ich stelle den Karton wieder weg. Und da können wir uns ganz und voll auf diesen Kollegen hier konzentrieren. Und ja, erstmal zum ersten Eindruck, den ich hatte. Ich habe den Kollegen jetzt sehr ausführlich getestet und auch schon auf einer Veranstaltung dabei gehabt. Und auch wie ich ihn das erste Mal ausgepackt habe, muss ich sagen, mir gefällt er wirklich sehr gut. Er ist noch kleiner, als ich mir vorgestellt habe. Was aber nicht schlimm ist, weil er wirklich sehr klein und kompakt ist. Und auch leicht, ich glaube 7,6 Kilo waren es. Also wirklich sehr handlich. Und auch die Haptik und wie gesagt auch die Optik wirklich wunderbar, schön schlicht. Und passt halt auch perfekt dann. Zum Beispiel für meinen Einsatzbereich eher Hochzeiten und so weiter. Weil da fällt er gar nicht auf. Und ja, passt einfach meistens zum Gesamtambiente, weil er wirklich sehr klein, kompakt ist und modern aussieht. Und zur Haptik auch wie gesagt zum Beispiel hier der Tragegriff richtig gut gelungen. Unten mit so Gummi noch dran und fühlt sich einfach richtig gut an. Ansonsten vorne auch alles sehr schlicht mit dem Elektro-Voice-Logo. Und auf der Rückseite befinden sich dann noch die verschiedenen Anschlüsse. Das ganze Anschlusspanel, was auch hier wirklich sehr cool gelöst ist. Und zwar haben wir hier so einen kleinen Schutz. Und das ist so ein Gummi mit hier so einer Fassung. Da kann man das einfach draufsetzen. Das saugt sich auch so ein bisschen fest. Und ja, ist wirklich optimal, um die Anschlüsse vor Staub, Dreck und so weiter zu schützen. Zu den Anschlüssen kommen wir auf jeden Fall gleich. Unten bei der Box haben wir dann noch einen Boxenflansch. Um natürlich auch die Box auf einem Stativ zu betreiben. Und hier haben wir noch die Akku-Einheit. Aber auf die komme ich auch später nochmal kurz zu sprechen. Um vorweg schon mal so ein paar wichtige Infos an euch rauszuhauen. Aber wirklich nur die wichtigsten Infos. Wir haben einen 8 Zoll-Tieftöner mit SST-Waveguide. Einen 1 Zoll-Tital-Kalottenhochtöner. Und einen 4-Kanal-Dynacore-Digital-Mixer. Leistungstechnisch sind wir hier bei 400 Watt im Peak. Und wir haben einen maximalen Schalldruckpegel von 121 Dezibel. Wir haben eine Akkulaufzeit über 6 Stunden bei maximaler Leistung. Und über 12 Stunden Akkulaufzeit bei 95 dB Schalldruckpegel. Ansonsten wie gesagt 7,6 Kilo. Also relativ leicht, klein und kompakt. Und eben auch die Möglichkeit das Ganze über eine App zu steuern. Aber dazu wie gesagt später mehr. Also, soviel zu den Infos zu dem Gerät. Wir schauen uns mal noch natürlich genauer die Anschlussmöglichkeiten im Detail an. Dazu nehmen wir wieder hier den Schutz ganz einfach ab. Und ja, wir haben erstmal hier unten die Stromversorgung per Kaltgeräte. Stecker, wie ich es ja schon erwähnt habe. Und einen extra On- und Off-Schalter. Klar, man könnte sich auch Powercon wünschen. Aber gut, ist es auch kein Muss. Dann haben wir direkt nebendran eine, wie soll ich es sagen, eine Stromverbindung für einen möglichen Mikrofon-Receiver. Was natürlich Sinn ergibt, weil oftmals wird natürlich das Ganze hier mit einem Mikrofon betrieben. Ob es jetzt für einen Sänger ist, ob es wie gesagt in meinem Fall für eine freie Trauung ist. Das kommt natürlich ganz oft vor. Und da haben die Kollegen von ElektroWars natürlich mitgedacht und hier eine entsprechende Stromversorgung angebracht. Finde ich richtig cool. Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm bei der Hochzeit, wo ich ihn dabei hatte. Aber gut, jetzt war ich es auf jeden Fall. Und ja, praktisch. Dann geht es oben weiter. Wir haben praktisch vier Input-Sektionen. Drei bis vier Input-Sektionen. Wir haben zweimal einen Input mit XLR, aber auch Klinke gleichzeitig auch wieder sehr gut mitgedacht. Und wir haben auf dem ersten XLR, also bei dem ersten Input, auch die Möglichkeit, eine Phantomspeisung zu aktivieren für Kondensatormikrofone und so weiter. 48 Volt. Und genau, unten geht es dann weiter mit dem Mix-Out. Das ist natürlich zum Weiterschleifen an weitere Boxen, um eben da das Signal weiterzugeben. Und wir haben die Möglichkeit, einen Food-Switch hier anzuschließen und die Box mit einem Food-Switch zu betreiben und zum Beispiel Effekte oder Sonstiges über den Food-Switch zu aktivieren. Nebendran haben wir hier noch eine Stromversorgung per USB-C, also um das Handy zu laden. Ja, ist mittlerweile eigentlich gang und gäbe. Hat auch die Toll-Full Rockstar R2, die ich ja privat auch viel benutze, hat es zum Beispiel auch. Ist auf jeden Fall sehr cool, dass die Option mit dabei ist. Und um auf den Input 3 und 4 natürlich noch sprechen zu kommen. Und genau, hier haben wir die Möglichkeit, uns per Bluetooth zu verbinden, eben mit dem Handy oder einem anderen Device. Aber auch nochmal, ja, kann man auch mit AUX rein. Das ist mittlerweile natürlich ein bisschen ausgestorben, weil die meisten Handys haben USB-C, gar keinen AUX-Anschluss mehr. Gut, mit Adapter und so weiter, klar kann man das auch regeln. Aber ist natürlich eher die Seltenheit. Man kann natürlich auch einen MP3-Player anschließen oder einen Walkman oder keine Ahnung. Also man hat die Möglichkeit auf jeden Fall und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ja, ansonsten kommen wir nochmal hier zur unteren Seite. Und neben dem Boxenflansch, wie ich schon erwähnt, haben wir hier die Akku-Einheit. Da haben wir hier so zwei Schrauben und die muss man dann eben aufdrehen, um an den Akku heranzukommen. Das dauert auch ein bisschen, da muss man ein bisschen Geduld haben, dass man die hier auch komplett löst. Und dann kann man hier den Akku herausnehmen. Und wie ihr auch sehen könnt, der ist auch hier fest an diesem Gehäuse, verschraubt mit zwei Schrauben. Kann man aber natürlich jederzeit austauschen. Gut, wie gesagt, der Akku hält ja relativ lange. Und ja, bräuchte man halt einen Schraubenzieher, auch einen speziellen Schraubenzieher. Kreuzschlitz heißt das, glaube ich. Bin leider Hand wirklich nicht so begabt. Aber genau. Und dann könnte man den auch während dem Betrieb austauschen. Aber eigentlich sollte der ja ausreichen. Und da muss man schauen, dass man den wieder richtig um rein macht, damit da auch nichts kaputt geht. Und dann kann man das Ganze wieder verschließen. Und genau, dann ist das Ganze Baby auch schon einsatzbereit und ready to fly. Ja Freunde, dann kommen wir mal zu der etwas spannenderen Sektion. Und zwar zur App, zur Steuerung über die App. Und das ist wirklich genial. Also das ist natürlich ein riesen Pluspunkt hier über die QuickSmart App, die ihr euch einfach im Apple App Store oder im Google Play Store herunterladen könnt kostenlos. Ja, dass man da drüber die Box steuern kann. Und da kommen wir natürlich noch zu einer wichtigen Einheit hier bei den Anschlüssen, die ich nochmal extra jetzt nennen wollte. Und zwar haben wir hier natürlich auch ein Display, wo wir alle Informationen angezeigt bekommen. Nebenan haben wir noch den Master Volume Knopf sozusagen. Da können wir nicht nur die Gesamtlautstärke einstellen, sondern wir können auch noch Änderungen am DSP vornehmen. Das heißt, wenn wir hier ins Menü reingehen, können wir praktisch alle Funktionen, die wir in der App steuern können, auch nochmal hier separat ansteuern. Also eben den EQ und genau, die Effekte kann man da auch ansteuern und so weiter. Also man kann da alles einstellen. Auch verschiedene Presets, die hier schon drin sind. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Also das geht alles und ist auch überhaupt kein Problem. Um die App zu benutzen, muss man sich erstmal per Bluetooth verbinden. Das ist aber ganz leicht. Ich blende euch im Hintergrund ein. Da muss man beim Input 3 und 4 die Taste gedrückt halten und kann sich dann per Bluetooth verbinden. Und kriegt dann hier auch eine ID angezeigt und so weiter. Aber das ist ganz easy, ist auch überhaupt nicht schwer. Und genau, dann ist man eigentlich schon ready to fly und kann direkt loslegen mit der App. Und jetzt gehen wir mal in die App hinein und wir schauen uns mal an, was man hier so machen kann. Also wir sehen als allererstes erstmal hier unser Gerät, was wir auswählen können. In dem Fall habe ich jetzt den E-Verse 8 nur auf der Liste. Man kann wahrscheinlich auch zwischen verschiedenen Geräten switchen, wenn man mehrere Geräte hat, die eben mit dieser App kompatibel sind. Und wir gehen in diesem Fall erstmal auf den E-Verse 8. Noch eine Kleinigkeit, die mir gerade noch zwischendrin einfällt. Wenn ihr die App das erste Mal benutzt, das allererste Mal, dann müsst ihr erstmal noch ein Firmware-Update machen. Und das ist normal, dauert dann ein paar Minuten, aber danach seid ihr dann auch ready to fly und könnt dann auch direkt loslegen. Und jetzt gehen wir weiter hier in die App hinein. Und zwar haben wir so ein Startbildschirm, so ein Main-Bildschirm, sag ich mal, wo wir den Gesamtmix schon mal einstellen können. Sowohl die Gesamtlautstärke hier, als auch beim EQ schon mal in den Bass mitten und den Treble, also die Höhen. Und können da dann direkt schon mal loslegen. Aber wie gesagt, halt eben auf den Gesamtmix. Dann haben wir unten rechts noch so einen kleinen Button, da können wir hier so ein extra Menü nochmal aufmachen, wo wir auch nochmal verschiedene Funktionen haben. Und zwar können wir zum Beispiel einen Modus einstellen. Musik, Live-Speech oder Club. Finde ich richtig cool, dass das gegeben ist. Dann können wir die Funktion einstellen. Sollten wir es als Mixer verwenden oder Basic. You are about to change the global mode of operation. Be aware that this may include drastic changes of the volume settings. Also haben wir auch nochmal eine Möglichkeit, die Funktion einzustellen. Und dann ja auch noch eine Location. Also als was wird der Monitor benutzt. Gut, in dem Fall habe ich jetzt Monitor gesagt. Als was wird die Box benutzt. Monitor Kickback. Kickback-Tripod. Also können wir da auch nochmal individuell einstellen. Und bei Select X-Over, da muss ich jetzt auch ein bisschen passen. Ich bin jetzt auch nicht hier der PA-Junkie. Aber hier haben wir auch nochmal verschiedene Möglichkeiten, das Ganze einzustellen. Den Herzbereich und so weiter und so fort. Aber da bin ich jetzt auch nicht der Profi drin. Da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Genau, und dann unten können wir noch den Gesamtmix muten. Und dann können wir auch schon mal ins Detail gehen. Und zwar, wenn wir auf Edit Mixer gehen, sehen wir hier, können wir die einzelnen Kanäle einstellen. So, wenn wir jetzt mal auf den Kanal 1 drauf gehen, dann sehen wir hier, wir haben nicht nur den EQ, sprich Bass, Mitten und Höhen, sondern wir haben noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel können wir Comp, ich gehe davon aus, es ist ein Kompressor, sollte es eigentlich sein. Wir können einen Kompressor einbauen, was wirklich mega ist. Also, super, super Funktion, dass sie dabei ist, finde ich echt wirklich klassisch. Ich habe es jetzt nicht ausführlich getestet bei der Hochzeit, aber dazu komme ich später, wie gesagt, nochmal. Da hat mir auch ein bisschen die Zeit gefehlt, aber prinzipiell die Funktion, dass sie dabei ist, ist mega. Dann können wir auch die Effekte, wo ich gleich nochmal dazu komme, da gibt es nämlich nochmal einen extra Punkt, einen extra Menüpunkt hier in der Software, in der App. Genau, können wir hier aber auch die Intensität einstellen, sozusagen, und hier haben wir noch DAKA, da musste ich auch googeln, was das ist, weil das habe ich jetzt leider nicht gewusst. Und zwar, wenn ich jetzt auch mal hier das Ganze, verstelle sie jetzt hier DAKA 2, 3 bis 4, sprich, man kann einstellen, dass jetzt der Kanal 1 sich von den anderen Kanälen abhebt. Ist dann zum Beispiel interessant, wenn jetzt auf dem Kanal 1 eine Sängerin drauf ist und auf dem Kanal 2 eine Gitarre und lasse auf dem Kanal 4 mal noch irgendwas im Hintergrund, noch ein Beat sein. Und dann kann man zum Beispiel, wenn man es jetzt beim Kanal 2 macht, könnte man die Gitarre hervorheben, wenn man es beim Kanal 1 macht, kann man die Sängerin oder den Sänger hervorheben. Also das ist wirklich auch eine coole Funktion und ja, schön, dass das auch mit dabei ist. Und unten haben wir auch noch mal verschiedene Presets, die man einstellen kann. Jetzt hier zum Beispiel Low-Cut 80 Hertz, Low-Cut 120 Hertz, um zum Beispiel Griffgeräusche vom Mikrofon zu reduzieren. Das habe ich tatsächlich auch benutzt bei der Hochzeit bei der Frauentrauung. Also richtig, richtig cool. Unten können wir dann die Phantomspeisung natürlich noch ein- und ausschalten, also die 48 Volt eben für ein Kondensatormikrofon zum Beispiel. Und wir können auch diesen Kanal hier noch mal komplett muten und auch noch mal den Gesamtmix einstellen, also das Level, das Volume von dem Kanal. Dasselbe dann bei Kanal 2, eben ohne Phantomspeisung, aber mit den genau, ja, mit den selben Einstellungsmöglichkeiten. Und wenn wir dann noch mal zurückgehen, Kanal 3 und 4 sind wir eben, da haben wir nicht mehr so viele Möglichkeiten. Da sind wir dann begrenzt. Liegt eben daran, weil es eben der Bluetooth-Channel ist, beziehungsweise, ja, der AUX-Channel. Und da können wir hier unten noch maximal, ja, Select-Bluetooth-Link, dass es verlinkt ist oder auch nicht. Und eben den Gesamtmix und den EQ. Aber allein, dass man da auch schon den EQ einstellen kann, dann eben bei einem Handysignal, bei einem Bluetooth-Signal, wenn man da jetzt irgendwie auch Musik über Spotify ablaufen lassen würde, dass man da noch mal ein bisschen nachjustieren kann, ist ja auch schon eine coole Sache. Ja, dann kommen wir unten zu den Effekten. Und da haben wir einfach eine breite Spanne an Effekten wirklich zu bieten. Also von Echo über Reverb über, ach, keine Ahnung. Also ihr seht ja selber, was alles dabei ist. Delay. Also man hat hier wirklich ganz, ganz viele verschiedene, ja, Möglichkeiten, da Effekte zu benutzen und einzustellen. Und das ist wirklich eine richtig tolle Sache. Und genau, hier hätten wir noch mal die Möglichkeit, den Main-Level einzustellen, noch mal extra. Und da kann man hier auch noch den Mix-Out bestimmen, Mono links, rechts oder Stereo left, Stereo right. Also wie ihr seht, man hat wirklich viele verschiedene Optionen. Und da kommt die App auf jeden Fall nicht zu kurz. Und das ist wirklich eine super Sache. Und ja, da auf jeden Fall Daumen hoch von mir. Und ich erkläre euch gleich oder erzähle euch gleich noch ein bisschen über meine Erfahrungen auf der Hochzeit. Ja, welcome back. Und genau, wir sind eigentlich schon fast am Ende des Videos angelangt. Wir haben jetzt uns den Kollegen im Detail angeschaut. Und ihr wisst Bescheid, was der so an Leistung bringt. Und wir haben uns natürlich auch die Anschlussmöglichkeiten angeschaut. Und natürlich über das wichtigste Feature geredet, über die App. Und ansonsten möchte ich euch noch ganz kurz berichten, was meine Erfahrungswerte sind. Ich durfte den Kollegen jetzt ein paar Tage, ein paar Wochen testen. Und genau, ich habe ihn hier ausführlich im Studio getestet. Aber ich hatte ihn auch auf einer Hochzeit dabei. Von tatsächlich aber auch Bekannten von mir, wo ich Gast war. Trotzdem habe ich die Freie Trauung beschallt. Die Freie Trauung war aber in einem Raum drin. Und genau, ich habe über die Box sowohl die Traurednerin per Mikrofon laufen gelassen, als auch Musik übers Handy. Und jetzt werdet ihr lachen. Ich habe die Musik übers Handy laufen gelassen. Mit demselben Handy, mit dem ich auch die Box gestört habe. Und per WhatsApp-Audio. Also ich habe mir die Lieder in einen Gruppenchat gezogen von mir, wo ich alleine drin bin. Und habe die ablaufen gelassen. Und konnte dann praktisch auch, wenn ich WhatsApp hochswipe, lief die App ja noch immer im Hintergrund. Und ich konnte trotzdem noch die Box steuern mit der App ohne Probleme, ohne dass die Lieder irgendwie crashen oder keine Ahnung. Also das ging. Also ich konnte auch praktisch den Bluetooth-Kanal steuern, EQ anpassen und so weiter. Habe ich aber alles im Vorhinein schon gemacht. Aber ich sage mal so, wenn da natürlich nochmal 80 Leute im Raum sitzen, ist auch nochmal was ganz anderes. Gerade natürlich in Bezug auf die Traurednerin. Aber das hat wirklich super geklappt. Genau, da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Also ein ganz glasklarer Klang. Jeder hat es verstanden, sowohl die Jungen als auch die älteren Gäste. Und da war jeder zufrieden. Und auch, wie gesagt, das Rein- und Raus-Faden mit der Musik und mit der App gleichzeitig steuern, hat super funktioniert. Und ich kann mich da überhaupt nicht beschweren. Ich hätte gerne auch ein bisschen mehr rumgespielt mit den einzelnen Funktionen. Mit dem Kompressor und mit dem DACA oder wie das heißt. Ich weiß nicht, wie es auch gesprochen wird. Aber genau, habe ich leider nicht mehr geschafft. Aber ich muss sagen, ich bin da wirklich sehr, sehr stark beeindruckt von der Box, was sie alles mit sich bringt. Und auch für das Preis-Leistungs-Verhältnis, was hier gegeben ist, wirklich top. Und wie gesagt, auch von dem Gesamtpaket, vom Look bis hin zur Haptik, bis hin zur Bedienung, bis hin zu den Anschlüssen, bis hin zu den Möglichkeiten mit der App. Wirklich eine phänomenale Box. Hier gibt es auch noch einen großen Bruder, den E-Wars 12. Der hat nochmal ein bisschen mehr Leistung. Und ich habe mich jetzt in dem Fall aber mal für die kleinere Variante entschieden, die ich mir mal zukommen lassen wollte und testen wollte. Und ja, all in all muss ich sagen, wirklich sehr, sehr gut. Ich bin leider auch ein bisschen den basslastigen, voluminösen Sound von Teufel gewohnt, weil mein Kollege, ein guter Kollege von mir, den Ruben, den kennt er ja auch, der hat nur Teufel. Und genau, hatten wir immer überall dabei auf Partys und so weiter und so fort. Und ich selbst habe jetzt auch eine Teufel Rockstar R2 und bin da so ein bisschen diesen voluminösen Sound gewohnt, auch im Hinblick auf Musik und so weiter. Aber genau, ist hier natürlich nicht ganz so basslastig, nicht ganz so voluminös wie bei der Teufel, aber da darf man sich jetzt nicht das Bild verzehren lassen. Hat ein ganz klares Klang und man kann dann natürlich auch, wie gesagt, nochmal nachjustieren am EQ und wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich top. Einsatzmöglichkeiten, also die Einsatzmöglichkeiten sind natürlich unbegrenzt, wenn man es so sieht. Es kann ein Gitarrist sein, der ihn als Monitor benutzt, ein DJ, der es als Monitor benutzt, eine Sängerin, vielleicht auch gleichzeitig ein Alleinunterhalter, der Keyboard spielt und da noch ein Mikrofon mit anschließt. Also Möglichkeiten sind unbegrenzt natürlich, ist es aber auch schön, wenn man sich so eine Box kauft, die gerade auch natürlich die Möglichkeit hat, es per App zu bedienen. In dem Fall natürlich für so Freitrauungen, wo dann auch jemand vor Ort ist und immer nachjustieren kann, dass man natürlich auch die Möglichkeit hat, die App zu benutzen und dieses Feature natürlich auch nutzt, weil es natürlich eines der Hauptfeatures der Box ist und wäre natürlich schade, wenn das nicht in Benutzung käme. Ansonsten Freunde, sind wir eigentlich schon am Ende des Videos angelangt, ich möchte gar nicht so sehr um den heißen Brei reden, ich hoffe, ich bin nicht zu lang geworden, ich wollte auch diesmal ein bisschen das Ganze prägnanter und kürzer halten. Ja, schreibt mir gerne mal rein, was eure Erfahrungen mit der Box sind, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt. Gerne auch mit dem großen Bruder, was ist eure Meinung oder habt ihr vor, euch die Box zu kaufen, habt ihr noch Fragen, die beantworte ich natürlich auch gerne in den Kommentaren, sofern ich eine Antwort darauf weiß. Und genau, ansonsten lasst dem Video gerne ein Like da und natürlich auch ein Abo auf dem Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Ein riesen Dank geht an meinem Partner Thoman, die ja auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich mit ihnen zusammen diese Kampagne starten möchte. Und ja, ihr findet natürlich auch den Link zu dieser Box in der Beschreibung und das Ganze ist natürlich auch ein Partnerlink, das heißt, wenn ihr über diesen Link bestellt, bekommt ich auch ein bisschen Provision und ihr unterstützt mich damit ein bisschen. Aber alles für euch natürlich kostenlos, also es wird nicht teurer oder sonstiges. Generell wisst ihr ja, ich bin mit Thoman schon länger gepartnert, auch wenn ihr über allgemein meinen Shop geht, den ich bei Thoman habe, ist auch ein Affiliate-Link, da unterstützt ihr mich natürlich auch. Auch egal, was ihr bestellt, ob ihr was aus meinem Shop bestellt oder ob ihr dann weiter stöbert bei Thoman und keine Ahnung, dann nur ein Klinkenkabel bestellt oder was weiß ich. Da könnt ihr mich auf jeden Fall kostenlos unterstützen, würde ich mich freuen. Noch eine kleine Werbung hier in der eigenen Sache am Schluss. Ansonsten, Freunde, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.